Die Berchteskaner Alpen sind für mich in erster Linie eine Heimat. Da liegen meine Wurzeln und sie sind auch mit Sicherheit der Hauptgrund, warum ich mich sportlich so orientiert habe, wie ich es gemacht habe. Für mich ist eigentlich das Schönste am Wegfahren, das Heimkommen wieder. Und Heimkommen bei dieser Kulisse oder bei dieser Heimat ist ganz was Besonderes. Vor allem sind da so viele Emotionen und schöne Momente dabei, die ich schon erleben habe dürfen in den Bergen. Es ist auch ein ganz besonderes Gefühl, wenn man irgendwo rumsteht und abschauen kann. Das hat man beim Skibergsteigen, das hat man beim Klettern, beim Berggehen. Das ist mit Sicherheit die Faszination, was die Berge ausmachen.